Musik Klimaschutz der Ländergrenzen überschreitet. Elf Städte und Gemeinden in Deutschland und den Niederlanden haben sich dafür zusammengeschlossen. Für den Klimaschutz in Kommunen in der Euregio Rhein-Waal. Unter dem Projektnamen CLIKA. Lead-Partner dieses Projektes ist die Stadt Rheinberg. Die Stadt Rheinberg ist seit vielen Jahren im Bereich des Klimaschutzes unterwegs. Und wir haben die Möglichkeit gesehen, die Erfahrungen, die wir in den Jahren gesammelt haben, auch weiterzugeben. Auf der anderen Seite den Prozess bei uns zu befruchten. Und im Rahmen der Euregio gab es diese Möglichkeit, ein grenzüberschreitendes Projekt durchzuführen. Und diese Möglichkeit haben wir dann als Lead-Partner ergriffen. Das Ziel des Projektes war, die kommunale Klimaschutzarbeit voranzutreiben. Um das zu erreichen, gab es zahlreiche Initiativen und Angebote für alle beteiligten Kommunen. Vor Ort wurden die Klimaschutzkonzepte aktualisiert oder neu erarbeitet. Gemeinsam hat man nach neuen Lösungen gesucht. Durchaus kreativ in der Herangehensweise, beispielsweise mit dem Gedankenkarussell. Ein mechanischer Ideengeber selbst entwickelt. Ein Brainstorming ohne Sprachbarriere. Also grundsätzlich werden wir gar nicht umhinkommen, dass wir mehr interkommunal zusammenarbeiten und auch über Grenzen. Einfach weil die Potenziale größer sind und wir nach neuen Möglichkeiten, neuen Lösungen suchen müssen. Es gab auf Arbeitsebene drei Konferenzen und 14 Workshops mit zusammen über 500 Teilnehmern. Die Schwerpunktthemen Nachhaltigkeit, erneuerbare Energien und Mobilität. Um die Arbeit zu bündeln, wurde in jeder Kommune ein Klika-Koordinator benannt. Bisher wurden drei Pilotprojekte entwickelt. Das waren ein Workshop-Konzept zum Thema Anpassung an den Klimawandel, die Entwicklung von Plänen zur systematischen energetischen Sanierung öffentlicher Gebäude und drittens Quartiersinitiativen wie Energieberatungen. Bei diesem Projekt zeigten sich auch interessante landesspezifische Unterschiede in der Herangehensweise, von denen beide Länder lernen können. In den Niederlanden übernehmen geschulte Nachbarn solche Energieberatungen. Organisierten Energie-Teams gehen sie von Tür zu Tür. Man redet auf Augenhöhe und mit bekannten Gesichtern. Über die Heizung, den Energieverbrauch oder Solaranlagen. Das sind Leute, die Akzeptanz haben und die Gemeinde, sie sagen, da kommt die Gemeinde wieder. Sie wollen etwas. Und dann geht die Tür nicht offen. Mit Leuten, die sie kennen, der Nachbar ist der beste Berater. So wirkt das in Holland. In Deutschland, so wie hier in Rheinberg, übernimmt diese Aufgabe ein hauptberuflicher Energieberater. Er informiert über Einschwerpotenziale und Förderprogramme. Viele Klimaschutzprojekte wurden auf den Weg gebracht. Die Herangehensweise war in Deutschland und den Niederlanden teilweise unterschiedlich. Aber ob Nachbar oder Fachmann, am Ende wird Klika helfen, dass sich die beste Methode durchsetzt. Denn Klimaschutz bleibt das gemeinsame Ziel auf beiden Seiten der Grenze. In Deutschland wird alles erst grondig vorbereitet. Die Niederlanden gehen eigentlich sofort an den Schlag. Und das dauert eben, bevor man das von uns begreift. Aber als man die zwei gute Dinge zusammenbringt, dann ist die Mehrwert größer. Und das dauert eben, bevor man das von uns begreift.